Willkommen zum dritten Video und ich hoffe du hast jetzt in den letzten Tagen schon mit dem Tragebuch angefangen, weil es ist wichtig, dass du wirklich das, was du hörst, auch gleich anwendest, handelst. Und wir kommen zum dritten Punkt, Ratschlag. Es geht darum, dass du dir Vorbilder suchst. Also du suchst dir wirklich Leute, die das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Oder du suchst dir Leute, die das erreichen möchten, was du selber erreichen magst. Weil nun die Leute werden dich bei dir schützen und dich nach vorne oder nach oben pushen, dich motivieren, inspirieren. Wenn du dich mit Leuten umgibst, die das nicht haben, was du haben möchtest, das wird dich eher runterziehen, weil die werden dir das immer wieder abschlagen, die werden immer wieder sagen, das wirst du vielleicht eh nicht erreichen. Deswegen such dir wirklich die Leute, die das haben, was du haben möchtest. Und man sagt auch, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen möchtest, dann suchst du dir unter anderem Leute oder Coaches, die das haben, was du haben möchtest, Hilfe, Vorbilder, weil dann erreichst du es. Kurz am Rande erwähnt, bei unserem Online-Programm, unserem Online-Coaching unterstützen wir dich 12 Wochen lang auf newbodycoach.de, da kannst du einen Fragebogen ausfüllen, alles sehr, sehr individuell. Und wir unterstützen dich, du bekommst deinen eigenen Coach, wie du in 12 Wochen deinen Traumkörper auf jeden Fall erreichst. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, bis zum vierten Ratschlag, bis dann.